hallo liebe youtube welt wieder ein video über eine aktie die mich persönlich interessiert ich mache das video jetzt nicht wie viele anderen dass man sich irgendeine aktie raussucht und sagt ja ich mache ein video drüber nein hier geht es um die daimler aktie die mich persönlich interessiert und zwar schon ewig ich habe bei daimler benz gelernt ich beweise es euch ich hoffe man sieht es ich habe das jetzt ich habe nichts anders gefunden aber das habe ich gefunden daimler benz aerospace ich hoffe man kann es lesen und zwar erstellt 1998 1998 wer es nicht wusste daimler benz aerospace hat flugzeugmotoren gebaut da war ich die firma heißt heute mtu motoren turbin union gmbh bin jetzt nicht hundertprozentig sicher ob die wieder namen gewechselt haben das machen wir das nächste mal heute geht es um die daimler aktie ich persönlich bin ein fan und deswegen rede ich heute drüber jetzt heißt das wieder hier daimler aktie ja oder nein wir schauen uns kurz an was ich jetzt hier gefunden habe wie ich immer vorgehe wenn mich eine aktie interessiert wer schon mein kanal abonniert hat oder schon mal drauf war ich berichte über meinen aktien sparplan der ist gerade auf eis aber ich habe schon neue videos gemacht es geht wieder weiter und das werde ich dann monatlich berichten monatlich bekomme ich meistens dividende nicht sehr hoch aber es stapelt sich und hier geht es heute darum ich habe keine daimler aktien ich habe welche gehabt und zwar 1998 99 verkauft wie es immer so ist entweder führerschein auto umzug irgendwas man verkauft seine aktien und ich würde sagen an dieser stelle jetzt denke ich gerade ein bisschen nach ja es war kacke zu verkaufen weil aktien zu besitzen ist ja ein hauptgrund dass man sagt man profitiert vom aktienkurs hat vielleicht irgendwas von einer art rente oder vielleicht dass man sich was kaufen kann und bekommt hat seine dividende und das habe ich halt dann immer wieder mal verkauft und das ist gebe ich euch jetzt den rat stellt euch mal vor ihr seid ich in 20 jahren falls du 20 bist oder jünger oder vielleicht ein bisschen älter verkauft eure aktie nicht wenn ihr von etwas überzeugt seid jetzt schauen wir uns die daimler aktie an ich werde das bei jedem video jetzt so machen eine aktie die die ich anschaue ob sie ja oder nein ist also ja oder nein werde ich sie auf die watchliste stellen auf meine persönliche watchliste ob ich sie kaufen werde oder nicht oder einen sparplan mache oder nicht ihr könnt da profitieren davon dass ihr sagt okay der robert der hat ein bisschen darüber geredet und und selber entscheiden an dieser stelle bitte 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 ich bin kein finanzberater fragt bitte jemanden eures vertrauens vielleicht habt jemand in der familie mit zum diplom an der wand finanzberatung oder anderes hier ist das wirklich meine persönliche meinung ich möchte die meinung mit euch teilen und bitte 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 schreibt sie mir unten in die kommentare was haltet ihr von der daimler aktien ja oder nein oder vielleicht watchliste und so weiter ich persönlich habe selber lange zeit eine mercedes c klasse gefahren war überzeugt und ich habe sehr sehr lange ich glaube sechs sieben jahre lang einen mercedes s 230 baujahr 1967 besessen leider kam ich in eine finanzielle turbulenz und ich habe das auto verschenkt gerade mal ein trostgeld von 1000 euro bekommen heute bereichs habe ich nicht mehr schade an dieser stelle wir schauen uns jetzt die aktie an wie ich immer vorgehen werden die mich kennen ich quasi wie eine quasi strippe unten mache ich zeitstempel rein das heißt ihr könnt das intro überspringen wenn ihr einem freund das video zeigen sagt hier intro überspringen steige bei zwei minuten ein fünf minuten zehn minuten am ende gibt es ein fazit ja oder nein jetzt zeige ich euch wie ich immer vor gehe also ich interessiere mich jetzt für die daimler aktie und sagt okay ich weiß jetzt gar nichts drüber schauen wir einfach mal nach jetzt gehe ich mal ins google an dieser stelle ich verstecke hier nichts ihr könnt alles schauen was hier bei mir abgeht 98 prozent akku uhrzeit fast zehn uhr sonntag und hier unten könnt ihr schauen welche programme ich nutze in diesem fall nehme ich mit den quicktime player auf ich mache überall links unten rein alles was ich erzähle überall wo ich nachschaue der link gibt es immer den link gibt es immer hier unten zum recherchieren und nachverfolgen wird nichts versteckt also jetzt gehen wir mal auf google google ist in dem fall mein bester freund und ich sage jetzt einfach mal daimler daimler interessiert mich kommt schon automatisch daimler.com warum kommt daimler.com weil ich schon einmal eingegeben habe jetzt gucken wir uns mal nach in dem fall ist wurscht welche aktie ich gehe immer so vor und sage ich interessiere mich für die daimler aktie jetzt können wir mal so dumm tun und sagen oh was ist denn die daimler aktie und dann sage ich einfach mal wo ist denn der robert hinverschwunden und mache mich einfach mal kleiner und in diesem fall sehen wir aha die daimler ag ist im sitz in stuttgart börsennotiertes deutsches hersteller blablabla personenfahrzeuge personenkraftfahrzeuge wie bei der beim letzten video da ging es um die lufthansa ich persönlich habe da ein praktikum gemacht und da ging ich auch so vor ich packe link unten rein könnt ihr euch mal die das fazit von mir anschauen lufthansa ja oder lufthansa nein aktie in dem fall daimler aktie was für mich wichtig ist ist aktienkurs klar 27 98 könnte man sagen guter einstieg aber was ist wenn es eine zweite corona welle geben würde könnte dann auch theoretisch sein ich kaufe jetzt weil es leichter zum rechnen ist 100 stück das sind 2798 euro plus order gebühr und morgen gibt es eine zweite welle keine autos fahren keine autos werden gekauft was passiert dann der aktienkurs geht noch weiter runter weil leute brauchen ihr geld verkaufen die aktie aktienkurs fällt kann auch locker aus deinen 2798 euro 1000 euro werden wie auch immer in dem fall wenn man überzeugt ist von einem produkt kaufen egal wann wenn der kurs steigt vielleicht weniger kaufen fällt der kurs nach kaufen also wie als ein passt wenn man einen sparvertrag hat zum beispiel ich habe einen sparvertrag beziehungs ein spar konto oder ein aktienkonto bei der ink und bei der konsorsbank diese videos werden noch folgen sagt mir doch wo spart ihr aktien wurde wo kauft die aktien würde mich wirklich interessieren gehen wir weiter daimler aktie ich habe oben daimler eingegeben hier gibt es daimler hier kann man bei wikipedia was nachlesen wollen wir jetzt nicht wir wollen uns die seite anschauen wir wollen wissen gibt es eine dividende wir wollen wissen 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 so daimler aktie hier gefunden startseite daimler da gehen wir jetzt hin zusammen und schauen uns das an in diesem sinne ich quasi so viele haben trockenen mund kein kaffee cola mit eis gehen wir mal weiter ok spurwechsel daimler stellt sich vor und so weiter ok coole karre die werde ich nie im leben haben wahrscheinlich ja auch nicht ist wahrscheinlich ein konzept auto das weiß ich gar nicht müsste ich mal recherchieren das sieht super geil aus muss ich schon sagen mundschutz ja ist nicht schlecht vorbildlich corona bla 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 Die Investoren, da Investoren habe ich schon mal gefunden und würde sagen, was würde uns jetzt hier interessieren? Wir gucken uns das jetzt hier mal durch, was steht bei Investoren? Das ist ja für uns wichtig, wenn wir Aktien kaufen, ich bin ja in dem Fall ein Investor, ich kaufe Anteile der Firma. Also vielleicht gehört mir so ein Brigette vom Zaun außen der Firma und wenn die Firma mal Insolvenz gehen sollte, was ich nicht glaube, dann bin ich der Letzte, der Geld bekommt als Aktionär, das muss man wissen. Hier geht es wirklich darum, dass wir eine Dividende abkassieren, vielleicht auch irgendwann mal davon leben. Wer weiß, brauchen wir halt einige tausend Stück, in dem Fall haben wir das nicht, wir gucken uns das jetzt hier mal an, Investoren. So, es steht hier auch, steht ein Haufen Zeug, aber mich interessiert wirklich, okay, hier, Kuzern EBIT. Wer EBIT noch nie im Leben gehört hat, EBIT ist eine Abkürzung, Earning, Before, Interest and Taxes. Wer nicht Englisch kann, Ergebnis vor Steuer und Zinsen. Ich würde sagen, ich poste das hier unten, ihr könnt es selber nachlesen. Ist jetzt, sieht man, puff hoch bis 2017 und dann puff, puff runter, aber wir wissen ja, was passiert ist. Nehmen wir ihn jetzt mal nicht so ernst. Hier kann man die Einheiten lesen und so weiter. Uns interessieren die Dividende, wo ist denn die Hauptversammlung, das ist jetzt interessant. Hauptversammlung, da gibt es dann eigentlich auch die Dividende. Da gucken wir jetzt mal nach, klicken wir mal rein. Und was sehen wir, was sehen wir, 30. April ist eigentlich die Hauptversammlung. Das kenne ich noch so aus meiner Vergangenheit, dass meistens so im Mai dann die Dividende kamen. Mittwoch auf den 8. Juli verschoben. Virtuell. Keine Zuschauer, also keine Zuschauer, die vorne im Stuhl sitzen. Gibt es auch kein Essen dann. Viele halten nur eine Aktie und werden dann zur Hauptversammlung eingeladen, kriegen dann Essen und Trinken. Warum nicht? Ich bin da nicht so. Ich möchte dann, wenn schon, profitieren von der Aktie und sagen, ich bin Investor, ich bin begeisterter Daimler-Fan. Und mir hat persönlich Daimler-Benz, also der Name, gefallen. Daimler AG heißt es offiziell. Und wir schauen uns das jetzt an. Ich habe nichts gesehen, was von Dividende steht. Habt ihr was gesehen? Nein. Denke ich mal. Daimler-Aktie, Kurs, klicken uns rum. Ich habe für euch, um das Video zu verkürzen, habe ich auf dieser Seite, ich würde sagen, locker 15 Minuten rumgetan, bis ich dieses Dokument gefunden habe, was ich euch jetzt zeigen werde. Und muss an dieser Stelle sagen, etwas schwach, wenn ich Investor bin oder Interessent. Und ich finde das nicht gleich auf der Daimler-Seite. Da muss ich sagen, also ich würde sagen, ich bin fix. Ich bin wirklich fix mit Suchen, Klick, Klack, Kluck, hier klicken, da klicken und intuitiv und habe mir hier schwer getan, das zu finden. An dieser Stelle keine Kritik an Daimler, aber macht es doch bitte, dass irgendwo ganz oben Daimler-Dividende für die Investoren. Ich drücke auf Investor und dann Dividende. Ja, bitte. Also, ich habe das für euch rausgesucht. Zack, jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Entwicklung von Dividende und Grundkapital. Hier kann man so ein bisschen nachlesen. Wo bin ich denn? Hier bin ich schon wieder. Hier die Jahre. Und jetzt gucken wir uns das mal gemeinsam an, was uns interessiert. So, Kontinuität der Dividende. Dividende. Das ist für jemanden wichtig, der von Dividende vielleicht mal leben will und neu investieren und reinvestieren möchte. Und ich erinnere mich, dass die Daimler schon mal ausgesetzt hat mit der Dividende und wollte das nachforschen. Ich hatte damals schon keine Dividenden, keine Daimler-Aktie mehr. Und jetzt gucken wir mal nach. Hier, Anteile der Aktien, bla bla bla, Dividende pro Stück Aktien. Jetzt gehen wir hier mal rein. 2007 Geld, 2008 weniger. Hier gab es ja schon die Finanzkrise, da war ich schon nicht mehr bei Daimler. Und hier, puff, ein Loch. Also 2009 haben sie für, ja, nichts ausgegeben. Dann ist es hier wieder hochgegangen. Das ist ja schon mal vorbildlich. Und jetzt gucken wir uns mal an. 16, 17, 18, 19. Wir sind hier von 3 Euro irgendwas auf 90 Cent. Jetzt ist jemand irritiert von euch, würde ich sagen. Ich gucke jetzt gerade hier runter, weil ich ja auf die Zahlen schaue. Aber jetzt gucke ich euch mal in die Augen. Warum seid ihr irritiert? Hier steht 2019, 90 Cent. Die Dividende gibt es, also jetzt im Jahre 2020, findet die Hauptversammlung statt. Aber die Dividende gibt es für das Geschäftsjahr 2019. Deswegen steht hier 19. Verstanden? Wenn ihr es nicht verstanden habt, schreibt es in die Kommentare. Ich erkläre es nochmal. Also, die Dividende, es gibt eine Dividende. Es steht hier drinnen, 90 Cent. Auf der Homepage habe ich mir schwer getan, aber es steht hier drinnen, 90 Cent. Ja, immerhin, einige Firmen haben ja gar nichts gezahlt. Das ist natürlich bescheiden, wenn man hauptsächlich deutsche Aktien besitzt und die überwiegend, sage ich mal, zwischen April, Mai und Juni auszahlen. Und auf einmal, zack, 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 alle lassen die Dividende fallen wegen Kurzarbeit und weiß nicht Gott alles. Und auf einmal steht man da und vielleicht lebt man davon und dann hat man echt eine Arschkarte. Das ist halt, ich sag mal, zu einem Fall Unsicherheit führt es. In dem Fall hat die Daimler einmal nicht gezahlt. Von 2007 geht es hier weiter. Schauen wir mal. 2006 geht alles durch. Sogar 2001 war es fast. Ist sogar höher wie jetzt. Es war auch ein Loch drin, wenn man sieht. Hier 2,35 Euro. Ach so. Könnte aber D-Mark sein. Nee, ist nicht, weil hier steht ja Euro und hier auch und ist dann irgendwo hier ein Loch gewesen. Da war doch der Flugzeug-Crash 2001, oder? Doch. Da war die Krise mit dem Flugzeug. Dann ging es bam, bam, bam. Hat ein bisschen gedauert. Und interessant jetzt, wir sehen, Daimler hat seit, ach hier geht es weiter. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Tatsächlich hier einmal irgendwann 13 D-Mark gezahlt. Also umgerechnet 6,50 Euro. Das sind natürlich geile Summen. Boah, 20 D-Mark, da haut es mir einen Schalter raus. Scheiße, da hatte ich die Aktie noch gar nicht. Ich glaube, ich hatte sie 98. Was habe ich da bekommen? 2,35 Euro. Und ein Jahr davor war es bei 20. Ist schon heftig. Also hier gezahlt, gezahlt, gezahlt. Gezahlt, gezahlt. 95 nicht gezahlt. Also ich würde sagen, immer alle 10 Jahre ungefähr. Schlecht gezahlt. Hier 1. Und dann 8, 9. Ja, ist schwer zu sagen mit 10 Jahren. Also, wir kriegen eine Dividende. Schon mal nicht schlecht. Ich habe keine Aktien. Habt ihr Aktien? Wie viele? So, was tue ich jetzt? Ich gehe zu Inc. Das ist ja meine Aktienbank. Da habe ich ein Konto. Also kein Girokonto, sondern ich habe ein Verrechnungskonto. Da kann man Geld drauf buchen. Und wenn ich Dividende bekomme, bucht sich das auf dieses Verrechnungskonto. Jetzt schauen wir uns die Watchlist an. Watchlist. Ich glaube, die ist bei Investieren. Watchlist. Hier. Und ich bin schon eingeloggt. Automatisch. Das System hat mich erkannt. Und mache mich mal hier ein bisschen größer. Hallo da draußen. Wo kommt ihr eigentlich her? Schreibt mir das mal drunter. Also, ich bin geborener Münchner. Gebürtiger Münchner. Und lange Zeit dort gelebt. 38 Jahre. Bin nach Braunau gezogen. Habe dort einen Job bekommen. Und fühle mich ganz wohl in Österreich. Bin ja nicht weit weg. Sind 140 Kilometer bis München. Ich verlerne ab und zu das Sprechen. Habe ich das Gefühl. Ich rede und lese nur Englisch. Und ich lerne noch ein paar andere Sprachen. Und jetzt habe ich das Gefühl, das Deutsch ist nicht mehr da. An dieser Stelle entschuldigt bitte. Ich tue mein Bestes. Ich habe hier die Watchliste benannt. Jut. Aktien. Watt. Übersetzt. YouTube. Aktien. Watchliste. Und wenn wir da mal reinschauen. Ich habe da nichts drinnen. So. Hier unten gibt es jetzt den Zeitstempel wieder. Wo es heißt. Ihr könnt springen. Intro. Reden über Daimler. Und dann Fazit. Jetzt gibt es Fazit. Für mich. Und ich hoffe, ich kann euch helfen mit meinen Anregungen, Ideen. Auch Daimler ist angesprochen an der Stelle. Mit der kleinen Kritik. Ich will es nicht Kredit nennen. Nennen wir es Verbesserungsvorschlag. Kritik. Kritik. Verbesserungskritikvorschlag. Wie auch immer. Mit. Wenn ich auf Investor gehe. Soll gleichstehen. Dividende. Und dann die ganzen Kennzahlen. Ja. Wie EBIT und so weiter. Muss man sich sowieso erstmal durchkämpfen durch diese Wörter. YouTube Aktien-Watchliste. Fazit. Hau ich es auf die Watchliste oder hau ich es nicht auf die Watchliste? Den 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 den. Den den. Ja. Ich hau es auf die Watchliste. So. Wir können hier auf die Watchliste schreiben, Daimler, dann gehen wir aufs Enter und suchen das. Und hier kommt Daimler raus, zack, bumm, gehe ich auf Daimler rein, zack, bumm, schon gefunden. Ich kann hier ein paar Kleinigkeiten eingeben, dass ich sage, wie viel Stück. Da ist ja für mich interessant, ist ein Sparplan, also die Aktie kostet um die 28 Euro, haben wir ja gesehen. Ach, hier unten steht es, 28,38 Euro und 100 Stück wären ja 2.838 Euro. Bin da nicht so flüssig und vielleicht maximal einen 50 Euro Sparplan drinnen. Dann würde ich aber trotzdem zum Beobachten, schreibe ich einfach mal 100 Stück rein. Das wäre so mein Wunschziel, wenn ich es bespare. Man kann hier Notizen reinschreiben, möchte ich jetzt nicht oder dass ich sage bis 100 sparen, wie auch immer. Warum 100? Ich erkläre euch das ganz kurz. Die Aktie hat ja immer so um die 2,50 Euro bis 3 Euro ausgezahlt. 3,50 Euro. Jetzt rechnen wir mal mit 3 Euro. Ich möchte eigentlich einen Sparplan bei der Consors machen. Da geht es für 25 Euro. Das heißt, wenn ich 25 Euro mal 12 rechne, sind das 300. Zahlt die Daimler Aktie 3 Euro pro Aktie aus, ich habe 100 Stück, dann kann ich hier einen Sparvertrag mit 25 Euro starten. Sobald ich 100 Aktien habe, bespare ich die Aktien mit den Zinsen, beziehungsweise mit der Dividende. War das zu schnell oder schreibt es mir in die Kommentare. So, wir packen es auf die Watchliste. Wert übernehmen. Zack. Tata. Premiere, die erste Aktie auf der Watchliste. Das letzte Video war die Lufthansa. Ja oder nein? Schaut euch das Video an, wenn ihr Lust habt. Ich habe einiges Gutes da über die Aktie gesagt. Hoppala. Mein Mikrofon haut zusammen. Da ist jetzt so ein bisschen das Bayerische rausgeflogen. Und zerstöre ich hier alles, brauche ein neues Mikro. Ich habe den Faden verloren. Also, Daimler Aktie ist auf der Watchliste. Das ist eine Aktie, die ich gerne besparen möchte. In dem Fall muss ich erstmal auf meinen Monatslohn schauen. Jetzt war die Finanzkrise. Kann sein, dass ich, jetzt arbeite ich noch, aber kann sein, dass durch die Welle, sprich, uns sind die Aufträge weggebrochen. Ich arbeite in einer Maschinenbaufirma. Also, das heißt, es kann sein, dass ich später kein Geld bekomme oder in Kurzarbeit muss. Werden wir alles sehen. Ich werde euch berichten. Im Moment die Daimler Aktie auf der Watchliste. Was spricht für die Daimler Aktie? Geiles Unternehmen. Geile Karren, muss man echt sagen. Die sehen designmäßig geil aus. Geschmackssache natürlich. Daimler beweist sich schon seit 100 Jahren als Automobilbastler. Aber, ob es jetzt 100 Jahre ist, weiß ich jetzt nicht genau. Ein Jahr mehr oder weniger. Daimler hat den ersten Weltkrieg überlebt. Den zweiten Weltkrieg, als die Alliierten alles abgebaut haben. Das zeigt mir, dass Daimler wirklich gut im Rennen ist. Daimler verkauft weltweit Autos. Designmäßig, boah. Dividende. Es gab zwei Löcher, haben wir gesehen. Ich glaube 1995. 2001 gab es einen Einbruch der Dividende. 2008 gab es keine Dividende. Ich glaube 2008 war es oder im Jahre 2009 für 2008. Das ist alles negativ. Sei dahingestellt. Im Großen und Ganzen pendelt die Aktie hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Ist ein gutes Fazit. Nochmal, ich würde sagen ein solides Unternehmen. Wir könnten uns jetzt noch die Kennzahlen anschauen, den Umsatz anschauen, den Autoabsatz anschauen. Autoabsatz ist natürlich runtergegangen. Leute, wenn ich zu Hause sitze, kein Geld bekomme oder weniger Geld bekomme und nicht arbeite, dann kaufe ich mir keinen Daimler. Ist so. Also, ich bin grundsätzlich von der Aktie überzeugt, von dem Unternehmen überzeugt. Ich fühle mich positiv mit dem Unternehmen und möchte auch hier einen Sparplan einrichten. Bis 100 Aktien ist mein Ziel. Dieses werde ich dann in der Videoreihe Aktiensparplan, was ich in der Regel jeden Monat jetzt wieder machen werde, berichte. Das war's. Ich werde sie kaufen, die Aktie. Was denkt ihr? Fährt ihr einen Daimler? Habt ihr die Aktie? Wenn ja, auf welchem Depot? In welchem Depot? Und wenn ihr die Aktie nicht wollt, schreibt mir doch bitte die negativen Aspekte der Aktie oder der Firma. Würde mich persönlich interessieren. Diese Videoreihe oder dieser Kanal ist einfach dafür da, dass ich sage, Schwarmintelligenz. Mein Akku kackt gleich ab. Ich muss mich beeilen. Kacken darf man wahrscheinlich nicht sagen. Und jetzt habe ich einen Faden verloren wegen dem Akku da. Trink mal einen. Also ich freue mich, dass ihr auf meinem Kanal seid. Ich berichte über einen Aktiensparplan. Über Aktien mache ich ein Ja oder ein Nein oder ein Nein oder ein Ja. Andersrum. Und ich berichte über wie man Geld sparen kann. Als nächste Reihe möchte ich, wie man aus Schulden rauskommt, noch berichten. Und alles, was mir so einfällt über Finanzen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Wenn es euch im Spätzl gefällt, Spätzl, also ein Kumpel, ein Freund. Ich glaube, in Berlin heißt es Kumpel Atze oder Bruder. Und schickt es einfach weiter. Unten kann man das überspringen, was ich alles rede. Ich werde an der Stelle auch bis Fazit, Fazit schreiben und unter dem Fazit Outro. Und freue mich, dich beim nächsten Video zu sehen. Da möchte ich eigentlich über die NTU reden, in der ich ja auch gelernt habe. Und die Aktie wollen wir uns anschauen. Die ist im DAX, also noch nicht sehr lange. In den Top 30, sage ich mal. Und das interessiert mich auch. Die Aktie interessiert mich wahnsinn. Und das schauen wir uns mal an. Dividende, Aktien, also Zahlung, Aktienstand, wer es investiert. Was macht die hier mal eigentlich? Und wo spielt die überhaupt mit auf dieser Welt? Schauen wir uns beim nächsten Video an. In diesem Sinne, Servus, Ciao, Goodbye, Dovizena, Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert. Macht es gut. Ciao. So, jetzt muss ich wieder einen Knopf suchen. Da ist er. Bevor der Akku weg ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.